Gibt es gar nicht? Ich probiere mal die Stadt... Gibt es nicht, meinst du? Wir laufen auf Steffi, 2.0. Das hat sie immer die Karte gebraucht und jetzt machen wir das mit den eigenen. Sind wir? D Sequenien Gibt es nicht! Gibt es nicht? Nicht nur die Karte Das ist großartig. Das ist die Durchgang. Gestern können wir hier in den Südhaus kommen. Hier ist es perfekt. Hast du schon Maskenbild? Ja. Fieber dich, fieber dich. Steffeli, berichten. Clara am Frühling. Was? Wir gehen jetzt ein Schiff gefahren. Wir schauen uns gleich nach Amsterdam an. Wir gehen jetzt in der Köln der Köln. Wir gehen jetzt in der Köln. Wir fahren durch die Bräuerstrahlung. 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 Schmeckt es? Ja, es ist schön für Messer. Nicht schlecht. Wir fahren durch die Bräuerstrahlung. Das ist schön. Das ist cool. Das ist wirklich ein Künstler. Wir haben auch einen Knall, weißt du das? Ja. Das ist schon so. Das ist schon hier. Ist das ein Tauch für dich? Ich bin nicht fertig. Das war's noch. Das ist scheiße. Ist das okay? Hallo. Das ist einer, der im 70 Jahrhundert umgebracht ist. Und seine Arme ist jetzt aufgelöst. Und das ist ein grosser Mörder. Okay. Okay. Das ist eine große, die wir haben. Hey, Papa. Hey, Papa. Hey, Papa. Hey, Papa. Hey, Papa. Ich sage Free Defense, und ich sage Free China, und wir all sage Freedom for the World. Vielen Dank. Ich bin mir selber bei uns gestern. Hey, Shani. Hey. Hallo. Jetzt sind wir hier oben. Jawohl, schön. Amsterdam Zentrale. Das erste Mal war sehr gut. Jetzt müssen wir es noch nicht tun. Wir sind jetzt hier, wo wir jetzt haben. Jetzt wäre es eine gute Reste tun worden. Also, ich schätze mich selbst, dass wir es nicht mehr haben. Du musst die Strasse anziehen. Das ist für eine Art, die ich halte. Das ist Marlies Restaurant. Das Käpte ist eigentlich nicht gut. Das ist Harlem. Das ist das Reste. Das ist Jerusalem. Die Strasse berührt. Ich mache unsere Beine. Ich mache unsere Beine. Ich mache unsere Beine. Fohli. Ja, ich bin so crazy, aber auch so. Soll ich es sehen? Ja. Kennst du mir, wenn etwas kommt? Die Fenster. Musik Jetzt sehen wir ja schon rüber. Hey, ich will die wissen! Ja, ich will sie gut stellen an den Graben. Ich will sie wissen, es ist nämlich keine... Zwei Steffens hat sie da. Wie ist es eigentlich da? Steffi? 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 Ich will das Musikvideo aufbauen. Geil. Perfekt. Da in der ganzen Florent. Oh! Hört doch die Öle! Wie am Filmen. Ja. Steffi, die Schuhe. Und die Schuhe. Das würde ich gerne machen. Scheisse zu malen. Das ist ein bisschen gestattig. Ich hab's noch nicht geschaut. Ein Schuss. Das ist mein Schuhe. Voodoo power. Every hour. Every hour. Voodoo power. So, cut! Hast du ein Duletzing? Also weißt du, das ist schon, oder? Ja, das ist schon, oder? Ja, das ist schon. Wir haben z.B. einen etwa vier oder zwei Töne gespielt. Und wir haben uns einen Tonintervall aussehen, wie viele Töne es entlang liegen. Also Tertz, Quarz, Quid, Hosenur. Okay. Gut, komm. Du bist in der Nähe. Hallo, Freiheit, hast du einen Kilometer ab? Ja, das ist ein Viech, das ist froh. Bist du ein Schöner? Ja, du aber auch. Aber der Schöner, du. Du musst schon filmen jetzt. Ja, ja. Hey, da. Hey, ciao. Dum, dum, dum. Ich bin auch dabei. Ja, du hast auch dabei gesehen. Hey, da. Musik 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 Musik